Moin, herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Folge Let's Play LS17 Nordfriesische Marsch Vierfach Map Version 1.9 ohne Gräben Ich bin hier noch dabei so ein bisschen mal das schön zu machen Das Feld ist ansonsten gesät Nur eben noch nicht so wunderschön Hier sind die Ecken Da müssen wir nochmal ran Das möchte ich dann schon vernünftig haben Das war jetzt nicht klug so rumzufahren, aber egal Muss ja nicht immer alles klug sein, was ich mache Ich mache nur eben die vier Ecken Und dann setze ich um auf Feld 1 Und mache da fleißig weiter Und dann setze ich um Dann gucken wir mal, dass wir das hier den Feldrand auch vernünftig machen So, um Und dann setze ich um Und dafür suchen wir uns dann jetzt hier auch gleich Feld 1, denn es bringt wahrscheinlich hier irgendwo an, denke ich, ja, wie ich schon sagte, am Fahrer einstellen, am ersten Lichtpunkt, ja, und schon geht das, so, jetzt muss er hier den 8530, äh, Entschuldigung, ich wollte euch nicht besoffen machen. Wir pflanzen hier wieder Hafer an, auch wenn wir das gar nicht alles unterbringen können da unten. Aber was soll ich denn bitte schön sonst noch alles anpflanzen? Oh man, mit vier Saatmaschinen hat man schon ganz gut zu tun. Muss ich ja zugeben, ne? Danke, Snakes. Danke, Snakes. Wer hat die Aufgabe erledigt? Welt 3. Okay, den setzen wir jetzt rüber, zu Feld, äh, was haben wir denn da unten? Na, erstmal machen wir den voll. Ja. 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 Da stehe ich hier wieder da? Ah, wie doof. Ich will mir nichts geben. Wir fallen jetzt da runter. Zu dem Feld. Und hier durch. Ja, komm ich. Feld 18. Habe ich da schon was? Feld 18 sehen. Klapps machen wir da drauf. Weil hier würden sich ja eigentlich Kartoffeln anbieten, ne? Nee, machen wir nicht. Am ersten Wegpunkt. So, wo sind wir? Wieso fährt denn der nicht? Wieso fährt denn der nicht? So, sorry. Das machen wir jetzt nochmal. Ah, den Kurs. Feld 1. Standposition. 3. Vorgewände. 1. 1. 2. 4. 5. 6. 10. 10. 10. 10. So, Feld 32, alles gut. Wo waren wir denn stehen geblieben? Na, der macht hier seinen Raps. Untertitelung des ZDF, 2020 Eigentlich hätte ich hier ja auch Mais noch anbauen können, aber habe ich nicht. Erstmal gucken wir uns jetzt hier auf den hier, weil schön ist das noch nicht, was der gemacht hat. Das können wir besser. Aha, das ist ein Loch. Okay. 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 Den machen wir hier noch schön. Okay. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich bin ja hier nur noch am Auffüllen, das ist unglaublich Was ist das? Liegt schon wieder eine Palette unten drin Oh Mann, oh Mann, oh Mann Oh Mann, oh Mann! Oh Mann! Okay, okay, okay. Eine Ecke noch und dann rüber aufs nächste Feld. Die Ecke noch und dann rüber aufs nächste Feld. Die Ecke noch. Die Ecke noch und dann rüber aufs nächste Feld. Die Ecke noch und dann rüber aufs nächste Feld. Die Ecke noch und dann rüber aufs nächste Feld. 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 Dann verabschiede ich mich von euch und sage Tschau.